Guten Tag, hier ist Peter Schmidt. Ich möchte bitte Fräulein Wagner sprechen. Verzeihung, wer sind Sie? Mein Name ist Peter Schmidt. Einen Moment, bitte. Meine Tochter kommt sofort. Hallo Peter, wo bist du? Ich bin noch im Büro, aber ich fahre jetzt nach Hause. Gehen wir heute Abend ins Kino? Nein, lieber Morgen. Heute Abend möchte ich Fernsehen. Gut, dann bis morgen. Ich bin, du bist, er, sie, es ist, sie sind. Übung Wer sind Sie? Ich bin Anne Müller. Herr Schmidt geht nach Hause. Fräulein Wagner ist noch im Büro. Gehst du heute Abend ins Restaurant? Herr und Frau Herder sind sehr müde. Kommen Sie mit ins Kino? Anhaltung. Untertitelung darf man Suite